Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Express. Heute mit, naja, Server-Side-Rendering natürlich. Wir haben uns letztes Mal ein wenig um die Sache hier mit JSON gekümmert im Sinne von, wir wollten hier JSON zurückgeben, zum Beispiel Authenticated True, wenn wir hier was hin posten. Jetzt ist es natürlich an euch hier draus ein API zu bauen. Das ist eine Option, das haben wir ja schon kennengelernt. Die zweite Option ist, dass wir das Ganze auf dem Server rendern lassen und nicht im Frontend, sprich React zum Beispiel, das Ganze zusammenbauen, über 100 verschiedene AJAX-Requests. Dementsprechend machen wir heute ein bisschen mit Server-Side-Rendering. Da werden wir ein paar mehr Tutorials brauchen, weil wie gesagt, Server-Side-Rendering ist quasi das, ey, ich liefere eine HTML-Datei in meinem Server zurück, also sprich, der baut das Ding zusammen und liefert das dann ans Frontend. Und API-Development ist im Endeffekt, wir bauen das Ganze im Frontend zusammen und liefern im Backend nur eine relativ rudimentäre API. Und dementsprechend ist natürlich eine API sehr, sehr viel einfacher im Backend und im Frontend mehr Arbeit, während hier das da, also Server-Side-Rendering, das ist im Backend mehr Arbeit. Und dementsprechend wird es hier auch ein paar mehr Videos dazu geben. Wir gehen natürlich noch ein bisschen tiefer in alles rein, aber heute erstmal das Setup. Denn mit res.send werden wir nicht weit kommen. Das ist einfach nur, um, naja, Sachen eins zu eins zurückzugeben und relativ basic. Wir wollen auch kein res.json, also, dass wir keinen json zurückgeben, denn das wäre eine API, sondern wir wollen ja hier im Endeffekt eine HTML-Datei zurückgeben, beziehungsweise ein HTML-File. Und das soll bitte auf dem Server, also sprich, in meinem Code, verändert werden können. Und dazu gibt es eine tolle Funktion namens res.render. Und dieses Render liefert mir genau das. Es rendert mir eine Datei, beziehungsweise einen, ja, einen Pfad sozusagen. Übrigens bitte nicht wundern, ich habe hier das Ganze ein bisschen aufgeräumt und es in eine neue Datei gepackt, habe es aber auch alles gestartet und so weiter. Also wir haben hier tatsächlich nur Express, Path, Helmet drin. Wir benutzen Express und Path und wir haben hier diese drei Sachen gesetzt, die wir sowieso immer machen müssen. Also json, url encoded und eben static für die Public-Dateien. Und dann haben wir eben alle Routen rausgeschmissen und loggen wir das Ganze einfach nur einmal kurz, beziehungsweise starten. Also es gibt wirklich aktuell nur die root, root, ja, so ungefähr könnte man es aussprechen. Und da rein wollen wir jetzt eine Index setzen. Also wir wollen hier sagen, hey, mach mal bitte die Index rein. So, wenn ich das jetzt starte, beziehungsweise speichere, dann kommt da natürlich ein Fehler raus, weil wir noch überhaupt nichts haben, ja. Also wir haben keine Default-View-Engine, wir haben nichts irgendwie, was wir zurückliefern. Wir können hier nicht einfach Index zurückgeben. Es geht ja hier nicht um den String, sondern es geht darum, dass wir das ganze Ding rendern. Und hier habt ihr jetzt von Express gleich mehrere Optionen, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Ich habe hier sogar mal einen Graph kurz rausgesucht, der für die aktuelle Zeit, also jetzt gerade Ende 2021, gerade fast Anfang 2022, gerade so in diesem Bereich hier das Ganze zeigt ganz schön. Und zwar haben wir hier für Server-Site-Ren Ring folgende Statistiken. Also wir haben erstmal die Möglichkeit EJS zu verwenden. Wir haben die Möglichkeit Handlebars von Express zu verwenden. Wir haben die Möglichkeit Handlebars zu verwenden. Wir haben die Möglichkeit HBS zu verwenden. Und wir haben die Möglichkeit Puck zu verwenden. Und wir sehen hier, dass Handlebars relativ weit oben ist, aber EJS noch ein ganz schönes Stückchen weiter oben. Und die anderen sind eigentlich ziemlich unbedeutend. Und deswegen werden wir in diesem Tutorial hier mit EJS arbeiten, weil ich persönlich finde, dass das auch das Anfängerfreundlichste ist. Ihr könnt aber egal welches von denen hier nehmen. Ihr könnt all diese Libraries dafür benutzen, für Server-Site-Rendering. Ihr müsst natürlich jetzt nicht mit EJS arbeiten. Also wenn ihr schon irgendwas könnt, dann ist das absolut perfekt für euch. Nehmt das, aber wir werden es hier mit EJS probieren. Und dementsprechend müssen wir natürlich unserem Server sagen, ey bitte, mach mal EJS. So, und wo wir das machen, ich mach das mal sogar ganz oben. Denn hier haben wir Setup sozusagen. Und wir können hier, deswegen hab ich den Teil aufgemacht mit der API-Referenz, mit App.set einige Application Settings verändern. Also quasi wie Variablen, die euer Express-Server so, naja, loswerden möchte, beziehungsweise haben möchte. Ähm, in diesen Variablen gibt es sehr, sehr viele Sachen. Also zum Beispiel sowas wie Case-Sensitive-Routing. Ähm, da könnt ihr ein Boolean setzen. Also wenn euch großgeschrieben Foo und kleingeschrieben Foo dasselbe bedeuten, also zur selben Route führen sollen, ähm, dann ist das Ding, oder dann könnt ihr das Ding zum Beispiel auf True setzen. Ich glaub, das ist am einfachsten. Und, ähm, zeigt relativ schnell, was man machen kann. Das heißt, wir können hier jetzt einfach zum Beispiel App.set machen. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, dieses Setting hier, dieses Case-Sensitive-Routing so zu setzen wie hier oben. Also nicht mit Title in dem Fall natürlich, sondern eben mit dem, ähm, mit der Property Case-Sensitive-Routing. Und zwar so, Case-Sensitive-Routing und wir setzen das hier einfach mal auf den Wert. Ja, der Wert, der soll doch bitte hier ein Boolean sein, also ein Wahrheitswert. Also zum Beispiel True, beziehungsweise in unserem Fall, ich glaube, es ist angenehmer persönlich, äh, False hier zu verwenden für, ähm, Case-Sensitive-Routing. Und ich mach jetzt hier mal folgendes. Ich mach hier einmal ganz kurz ein App.get. Ähm, wisst ihr was? Ich kopier mir das hier sogar. Und sag hier einfach nur Send Users. So. Und ich möchte hier auf Users gehen. Nur um das mal kurz zu demonstrieren, wie das Ding eigentlich funktioniert. Ähm, wenn wir hier auf Slash Users gehen, dann landen wir hier bei Users. Wenn ich jetzt allerdings natürlich das Ganze groß schreibe, also auf groß geschrieben Users gehe, dann werde ich instant weitergeleitet auf Users. Und wenn ich alles groß schreibe, lande ich auch wieder hier. Wenn ich hier jetzt natürlich Case-Sensitive-Routing anstelle, dann ist das was anderes. Dann lande ich bei Users, natürlich hier bei Users. Während wenn ich auf groß geschrieben Users gehe, ja, dann ändert es mein Browser. Okay, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen. Ähm, aber, ja, ihr versteht das Prinzip. Ich kann hier quasi meine, ähm, meine App ein bisschen anpassen, sodass ich immer auf das Richtige rauskomme. Oder sodass ich im Endeffekt die einzelnen Eigenschaften setzen kann. So, und diese Eigenschaften sind wie gesagt hier alle aufgezählt. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Ähm, und wir brauchen jetzt hier für Server-Side-Rendering, also, so viele sind es gar nicht, aber, wir brauchen für Server-Side-Rendering natürlich die View-Engine. So, die View-Engine, ähm, können wir definieren. Wie gesagt, äh, standardmäßig ist sie gar nicht definiert. Wir wollen aber View-Engine auf EJS setzen. So, also gehen wir hier mal, oh, ja, das ist zu viel gewesen. Ähm. So, die View-Engine setzen wir nicht auf True, logischerweise, sondern auf EJS. Wie gesagt, hier kann auch Park rein oder HBS oder, oder, oder. Und wenn ich das jetzt natürlich hier nochmal kurz starte, also, neu starten muss ich ja nicht, wenn ich einfach nur den Server hier aufrufe, dann sehen wir natürlich, okay, wir haben einen anderen Fehler bekommen. Nice. Ähm, jetzt können wir halt das Modul EJS nicht finden. Das ist kein Problem für uns, denn wir können es ja einfach kurz installieren. Ähm, und das machen wir mal eben hier in unserem, ähm, lass uns mal kurz das Run abbrechen. Und, ähm, NPN installieren wir mal EJS. So, relativ simpel das Ganze. Und fertig. So, jetzt können wir unseren Server wieder kurz starten. Und, ähm, schon haben wir natürlich EJS installiert. Jetzt haben wir natürlich den nächsten Fehler, wie gesagt, also, es ist ja nicht fertig. Ähm, wir haben EJS jetzt installiert. Das wird auch alles wunderbar gefunden. Und jetzt versucht EJS im Endeffekt nach einer Datei namens Index zu suchen. Diese Datei Index ist allerdings nicht die Index.html, sondern es geht hier um eine Index.ejs, also .ijs. Ähm, und die muss natürlich auch da sein. Also, diese Datei Index.html ist für mich völlig uninteressant. Ich suche das, was für meine View Engine passend ist. Das heißt, ich suche Index.ejs, Index.pack, Index.hbs, wie auch immer, was für eine View Engine ihr auch immer benutzen wollt. Und die muss in einem speziellen Ordner sein, der übrigens auch eingestellt werden kann, falls ihr das unpraktisch findet. Also hier zum Beispiel, der Standard-Ordner, ähm, lässt sich mit Views ein, ähm, oder, ja, verändern. Das heißt, ihr könnt auch wieder App.set von Views machen und könnt dann dort euer, euer Directory angeben, das ihr benutzen wollt. Wir benutzen selbstverständlich das Standard-Directory, weil ich ehrlich gesagt finde, dass das auch sehr, sehr sinnvoll ist, das einfach zu lassen. Das Standard-Directory ist, wie gesagt, einfach Views. Also, Views ist ein Ordner und hier rein muss jetzt die Index.ejs. Das heißt, wir machen hier eine Datei, Index.ejs. Und hier rein können wir jetzt tatsächlich schreiben, was wir haben wollen. Also, hier drin sagen wir jetzt, wie unsere Index-Seite, naja, default-mäßig aussieht, bevor wir irgendwas reinmachen. Also, bevor wir irgendwas reinrendern. Das, wie man das reinrendert, das zeige ich euch noch. Ähm, für den Anfang, falls, also, ich persönlich, wie gesagt, finde E.js auch am einfachsten, ist es quasi erstmal HTML, ja. Ich kann hier einfach, ähm, mein SSR-Template reinschreiben. So, und dann habe ich quasi schon meine View-Engine fertig. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Hier, wenn ich den Root aufrufe, dann steht hier mein SSR-Template. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine HTML-Datei an den Server geschickt. Haben wir ja nicht schon mal gemacht. Ähm, ja, natürlich. Ich weiß, dass wir das schon mal gemacht haben, aber wir haben es nicht über Server-Site-Rendering gemacht, denn jetzt kann ich hier natürlich in E.js, beziehungsweise in meinem Code, das Ganze anpassen. Also nochmal ganz kurz. Wir brauchen ein paar wenige Schritte eigentlich. Wir brauchen selbstverständlich eine Route, die res.render aufruft. Dort drin wird dann eine Datei angegeben, nur den Dateinamen, nicht die Endung. Die Endung wird definiert von der View-Engine, von der wir uns für eine entscheiden müssen. Wir haben uns hier für E.js entschieden, weil wird am meisten genutzt, ihr erinnert euch. Und, ähm, dadurch brauchen wir hier eine Datei, index.ejs im Ordner Views, den wir hier drüben haben. Und hier drin können wir im Endeffekt alles so machen, wie wir es bislang zumindest gewohnt sind. Hierzu in den nächsten Videos noch mehr. Und damit haben wir die Möglichkeit, naja, natürlich aktuell nur einfache HTML-Dateien dahin zu schicken, aber es wird noch sehr, sehr viel mehr da reinkommen. Und das möchte ich euch in den nächsten Videos zeigen. Und in dem Fall, bis dann. Ciao.